3-400 sind mit diesen Elektro-Gleiz-Fahrzeugen ohne Lenk und halbte Stangen rumgefahren und die Gegendemo war von den Fußgängerverbänden und von den Fahrradverbänden. Jetzt müssen wir irgendwo einen Kompromiss erzielen, dass wir neue Mobilität möglich machen, Innovation, Platz greifen lassen, aber zur anderen Seite auch gegenseitig berücksichtigen und vor allem Verkehrssicherheit. Am 21.09.12.30 Uhr in Berlin am Stuttgarter Platz veranstaltet Electric Empire die Demonstration für die Legalisierung aller Elektro-Gleiz-Fahrzeuge und vor allen Dingen die ohne Lenkstange. Seid dabei, steht für euer Recht ein, was euch Andreas Scheuer versprochen hat und kommt nach Berlin. Das Ziel ist eine Ausnahmeverordnung zu machen und das wird auch zügig in Angriff genommen.